Die Bimmel bimmelt noch. Aber ich sage trotzdem schon mal Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Ich denke mal, wir fangen an, ehe es noch kälter wird. Meine Hände sind auf jeden Fall schon ganz schön kalt. Neben mir am Klavier, an der Mundharmonika, ist die Heike. Wir machen schon drei Jahre, seit vor Corona auf jeden Fall Musik. Und wir spielen ziemlich viele von meinen eigenen Songs. Und außerdem habe ich noch mitgebracht den Dirk und Christian und Markus. Wir kennen uns alle aus der Villa. Da kann man auch die Lieder meistens hören. Aber da die Reichweite in der Villa meistens nicht so groß ist, dachte ich, es wäre ganz schön, wenn wir das hier auch mal auf den Tastentagen präsentieren können. Genug Rede, dann fangen wir mal an. Und dann fangen wir mal an. Amen. 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 Amen.